Souverän im Halbfinale der Weltmeisterschaft. Nicht viele hätten England das zugetraut. Nach dem 2 zu 0 gegen Schweden, Realität. England erst zum dritten Mal überhaupt in der Runde der letzten vier Mannschaften. Das war unglaublich ein sauberes Spiel. Zuletzt hatten wir Glück, jetzt kein Gegentor, kein Zittern am Schluss. Es ist enttäuschend für uns Schweden. England war gut und sie haben den Sieg leider verdient. Es ist wie ein Traum. Es ist wie ein Traum. Alle Engländer haben davon geträumt. Wir waren total optimistisch, weil wir vor allem in der Defensive zuletzt sehr gut gespielt haben. England hat es aber heute sehr gut gemacht und verdient gewonnen. Wir sind trotzdem glücklich, aber auch etwas traurig. Wir müssen jetzt leider nach Hause fahren. Wir saugen diesen Moment jetzt auf. Ich denke, dass unsere Reise noch nicht vorbei ist. Jetzt das Halbfinale, dann das Finale. Wir werden es schaffen. Wir gewinnen den Pokal und bringen ihn heim. Englands Traum vom zweiten WM-Titel. Er lebt. Für Schweden bleibt am Ende nur das beste Abschneiden seit 24 Jahren. Für Schweden bleibt am Ende nur das beste Abschneiden seit 25 Jahren.